Oh, that brother's falling in the air. Hä? Bist du verrückt? Das war Knete, Junge. Das ist tödlich, das zu essen. Was? Ja! Nein, ich will nicht sterben. Es sei denn... Hey, was ist? Lass zum Arzt! Knete ist nicht tödlich, nur wenn du zu viel davon isst. Ist mir egal, erklär mich für tot. Keine Sorge, Jacko. Hässlichkeit ist auch tödlich. Vielen Dank.